Eine Wahnsinnsschätzung. Komm, jetzt bin ich drin. Come on, ey. Tatsächlich? Wow. Wir sind doch nur so klein. Wir gehen mal um jetzt. Wir spielen einfach weiter, wir spielen alles durch. Das ist schon peinlich eigentlich, wenn du es nicht weißt. Wie viele Tore hat der BVB insgesamt in seiner Bundesliga-Geschichte kassiert? In allen 56 Saisons, die er bisher in der Bundesliga gespielt hat. Ein paar. Bitte? Ein paar. Ja. Ja. Einfach schätzen, was ihr glaubt. Dreh mal um jetzt. Das gehört sich so viel an, Digga. Bei mir auch. Bei mir auch. Egal, ich mach jetzt einfach... Scheiße. Das stimmt sicher nicht. Nee. Ich mach's... 3155. 3155. 3155. Habe ich falsch gerechnet? Oder was? 3175. Also es sind 2669. Ach du Kack. Müsste Alex näher dran sein. Ja. Auf jeden Fall. Deutsche Alphabet hat bekanntlich 26 Buchstaben. Aber wie viele hat denn das Hawaiianische? Ihhh. Halberajanische. Ihhh. Ich hab noch nie gehört, Alter. Sag so, dass es richtig viel ist. Am Ende sind es so vier. Oder genauso gleich. Also wie viele hat ein Mandarinen? Sind es da nicht irgendwie 2000 oder so? Keine Ahnung. 331. Und mit 21. Also der Punkt für Alex ist ein 12. Ach geil. Ich hab gewusst, dass das wenig ist. Der hat uns nur da reingelockt. Wie viele Strophen hat die griechische Nationalhymne? Drei. Ja, ich hab auch drei gesagt. Es sind 158. Ja, jetzt ist es wieder viel. Sing ich das auch? Oder was? So lange bin ich auf jeden Fall nicht gegen Griechenland vorm Spiel da gestanden, dass die alle 121 gesungen haben. 2-0 weiterhin. Wie viele Tasten hat ein handelsübliches Klavier? Mit den da drüber? Meinst du die schwarzen? Ja. Das sind auch Tasten. Ich wollte ja echt ein Piano mehr holen jetzt. Piano? Keine Ahnung, Alter. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Hast du? Ja. Was hast du? 54. Ich hab 58. Ja, ein Punkt für Gregor. 88 sind sie. 88 sogar. Okay. Wie lang ist der Nil? Der längste Fluss der Welt? In? Kilometer. Das ist schon noch wichtig, oder? Das ist die wichtige Frage. Gerne in Kilometern. Wo fließt der nochmal? Südamerika? Ne, Afrika, Bruder. Ja? Ja, ja. Achso, Amazonas ist ein Dings. Ja, Amazonas ist der, wo du meinst. Okay, ja. Ja, natürlich. Ja. Ich glaub, zusammengenommen kommen wir dann fast hin, aber das ist der Punkt für Gregor. Ne! So viel? 6.000? 6.650. Wow. Boah. Ich glaub ich viel zu wenige. Also ich wusste, dass er extra… Ja, das ist halt schon riesig, ne? Äthiopien, Ägypten und dann nochmal… Ja stimmt, ich hätte mehr aufschreiben sollen, ich bin doof. Wir bleiben auch beim Wasser. Wie viel Prozent der Erdoberfläche sind denn insgesamt das Wasser? Oh, sehr sehr knapp. Das ist ne Punktlandung bei Alex und 71. Na! Shit. Wusstest du? Also ungefähr so drei Viertel, aber dann ein bisschen… Ich hab auch gedacht… Ich dachte, drei Viertel wär schon viel, aber dann ein bisschen weniger. Also war dann geschätzt. Also ich wusste es nicht ganz genau. Das liebste Fortbewegungsmittel der Deutschen ist ja das Auto. Wie viele Kilometer Autobahn gibt es in Deutschland insgesamt? Ach, okay. Ist das so? 60.000? Das ist dann sehr sehr viel, da ist Alex nah dran. Es sind 13.000. Ach so kacke. Okay. Hoppla. Wie weit sind eure Geburtsorte, also so wie ich das herausgefunden hab, Bad Oldesloe und Zürich, auseinander? Luftlinie oder Autobahn? Fahrtlinie. Fahrtlinie? Nicht Luftlinie. Hm. Kilometer wieder, oder? Ja. 937. Alter. Ja gut, ich hab dir eine… Du hast gegoogelt, oder? Eine Strecke. Ja, alles klar. Kannst du auch fahren, die ist Götze. Alles klar. Ja. Hahaha. Diese eine beißig, ne? Haha. Das ist eigentlich zwar verboten, aber wenn du die kennst dann… Wie hoch sind die Pylone des Signal Iduna Parks? Die gelben obendrauf. Nur die Pylone. Ich bin so schlecht gewesen in diesen Schätzungen bisher. Wow. Und ein Zwölf. Ach, Mann, der wär doch vorher geblieben. Wie viel? Was hättest du denn vorher gemacht? Ich hab vorher, hab ich 121 gehabt. Ja, immer noch. Immer noch? Ja, das sind nur 62. 62 wählt er nur. Tatsächlich? Wow. Das war's. Das war's? Irgendwas haben wir noch, oder? Komm. So schlecht wie ich war. Gib mir noch ein Erfolgserlebnis, bitte. Eine Bonusrunde. Ein Erfolgserlebnis. Mit den Knochen, menschlichem Körper. Nein. Okay, komm. Ich dachte, ich hätte irgendwas mal so gehört. Dann, bitte. Warte. 400? Nee. Das sind 206. 206. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja, ich dachte, irgendjemand wäre wenigstens. Damit hast du ja auch einmal ein bisschen nahe gewesen. Ey, Mann. Wir können noch eine machen. Wie viele Einkerbungen, wie viele Dellen hat denn so ein Golfball? Och Gott. Das krieg ich auch näher dran. Es sind 336. Ich hab 24. Alter. Das ist ... Die sind doch nur so klein. Das ist richtig viel. Das hab ich zu groß geschätzt. Das ist richtig ... Geriffelt. Ja, genau. Ja. Komm, jetzt bin ich schon. Jetzt bin ich drin. Come on, ey. Jetzt bin ich drin. Jetzt hab ich ... Okay, eigentlich für dich auch, oder? Das ist gut. Wir spielen einfach weiter. Wir spielen alles durch. Wie viele Farben hat die Nationalflagge von Belize? Warum pickt der ausgerechnet Belize? Das ist die farbenreichste Flagge der Welt. Wie viele unterschiedliche Farben sind auf dieser Flagge zu sehen? Ich hab leider keine Ahnung, wie die Flagge aussieht. Oh, er ist weit auseinander. Gregor hat die Streaker an. So 12. Sehr gut. Wie viel hast du geschrieben? 64. 64? Gibt's überhaupt so viele Farben? Ja, bin ... Was haben wir noch? Wie hoch ist die Zugspitze? Der höchste Berg Deutschlands. Das ist sowas, das muss man eigentlich wissen. Das ist schon ... Das ist schon ... Das ist schon peinlich eigentlich, wenn du es nicht weißt. Ich weiß es übrigens nicht. Oh, da ist bei ... 1400. Ein Hügel. Was ist das? Zweieinhalb? Ich glaub, du musst einmal auf die ... Achso. Ich hab nämlich selbst gar nicht gesehen. Achso. Aber jetzt muss ich rechnen, wer näher dran ist. Es sind nämlich 2900 ... Ey, habt ihr in Deutschland keine Berge, oder was, ey? Mann, ey. Hä? Ich dachte irgendwann ... Aber der ist näher dran. Aber der ist näher dran. Ja, dann ist tatsächlich ... Wo bist du näher dran? Trotzdem noch näher dran, ja. Wie viel ist der? 2962. Das ist nicht meine Gegend dort. Krass. Entscheidende Frage jetzt. Wir hatten ja gerade schon mal Flagge. Wie viele Streifen hat denn die US-Flagge? Aber ich glaub, das weiß ich ... Nee, Sterne? Sterne ist ja für ... Nee, nicht Sterne. Nee, nicht Sterne. Ja. Hier hängt doch überall immer. Hier hängt doch überall immer. Hier hängt doch immer. Hier hängt aber ... Ja. Ähm ... Okay. Hast du? 13. Mal. Stimmt, ne? 13. Stark. Aber ihr müsst ... Nach der Runde bin ich King. Ja. Ja. Nach der Runde bin ich King. Hahaha. 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 Hahaha.